So, verlassene Gebäude sind hier aber noch ein bisschen, also... Das ist aber ein bisschen blöd mit den ganzen verlassenen Gebäuden. Nein, danke. Ein verlassenes Gebäude nur noch, das ist gut, aber wo denn? Da. Okay. Was ist? Aber jetzt könnte... Wohlbefinden statt, ja, ich weiß immer noch, dass ihr Wohlbefinden braucht, aber guck das doch mal an. Die haben auch hier, ist doch noch ein massenweise Platz in den Krankenhäusern. So. Bam. Noch ein Krankenwagen. Noch ein Krankenwagen. So. So. Muss aber bald auch irgendwann mal reichen an Krankenwagen und so. Krankenwagen. Zwei. Ach so, in so einem Teil sind gleich zwei Krankenwagen. Das ist ja gut. Das ist dann ja sehr, sehr gut, aber... Noch fahren sie alle nicht los? Na, geil, ist da einer losgefahren. Na gut, jetzt können sie auch alle erstmal losfahren. Ah, die Feuerwellen möchten noch was? Was möchtet ihr denn? Müssen sie uns... Mussten sie, dass sich Garagen für Fahrzeuge besorgen können? Ja. Bearbeiten. Mache ich. 40, 40, 15, 10. Wir bauen euch mal ein bisschen... Wir bauen euch mal diesen Turm hier oben drauf. Bam. Cool, ne? Jetzt habt ihr den Turm. Der geht noch nicht, ne? Ne. Jetzt haben wir auch einen schicken Turm. Also die Feuerwache hier dehnt sich schon so ein bisschen noch aus, gerade. Ah, die wollen wieder los. Was ist denn jetzt schon wieder passiert bei euch? Möchten sie... Nein, danke. Ich möchte wieder nichts erfahren. Sieht aber sonst eigentlich alles ganz gut aus hier in der Stadt. Ich würde sagen, wir besuchen da mal jemanden. Zack. Ähm, Bambeck. Ah, perfekt. Dorthin. Großprojekt möchte ich tun. Eine Million Jahre mit Sicherheit. Bambeck, besuchen. Wir besuchen mal Bambeck, ne? Machen wir einfach mal. Und ich trinke einmal, was wäre denn das nicht? Bambeck ist von meinem Bruder eine sehr, sehr große Stadt. Mittlerweile, die ist schon relativ groß geworden. Äh, treibt Lamas zusammen. Genau, mach das mal. Null Brände gelöscht. Aktualisiert. Bam. Das sind wir mal. Bambeck von Aaron 13.06. Ja, wir sind gerade schon eine relativ große Stadt. Ähm. Ich könnte hier was... Nee, kann ich nicht. Ja, das sieht aber eigentlich nicht relativ spannend soweit, ne? Wo haben wir denn das Großprojekt hier? Ah, egal. Wir gehen erstmal wieder nach Hause. Erstmal wieder nach Hause. Guck mal, was da gerade zur Sache ist. Lädt statt. Ähm, dadam, bam, 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 bam. Berechnet Splints. Splines. Treibt Lamas zusammen. Was ist denn? Äh, äh. Immer noch nicht. Nein. Okay, das ist mittlerweile wieder Geld. Das ist ja... Äh, 93% haben wir mittlerweile in Behandlung. Das ist ja... Das ist ja schon ein bisschen ordentlich. Aber ich glaube, nochmal anbauen müssten wir da jetzt nicht. Notfallzentrum. Das ist die Notaufnahme, würde ich sagen. Oh, da kommen auch echt die ganze Zeit nur neue Patienten. 99 mittlerweile. Aber guck... Ah ja. Wie viele Kranke hier aber auch rumlaufen. Na gut, ist ja auch irgendwie kein Wunder. Na, bauen wir noch ein Klinikum für euch, oder? Na komm, bauen wir nochmal hier unten. Du, habt ihr noch ein kleines Klinikum? Ah ne, war glaube ich gar nicht genug. Hm. Wieso ist das Wassergeld? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ach, vielleicht wird... Weil es ein bisschen verschmutzt ist. Wir bräuchten, glaube ich, mal... Aber hier ist doch überhaupt sauberes Wasser. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das hier ist perfektes, sauberes Wasser. Was wir haben, also, ne? Beschwert euch, man nicht. Müllentsorgung. Cyclinghof. Wo ist eigentlich unsere Müllhalde? Da ist hier unten. Kann man dann irgendwas anbauen? Irgendwie... 25... Gar nichts verfügbar. So, müsst ihr doch mal ein bisschen dran glauben. Aber ich glaube, eigentlich bringt es mir gar nichts. Können wir nochmal zwei, drei Müllwagen aufstellen. Und... Für nach... Verfügbar. Bam. Ah, mittlerweile habe ich auch den Müllabfuhrdienst für meine Nachbarn verfügbar. Also... Könnte ich jetzt auch theoretisch... Warte mal. Mal ganz kurz so zum Testen. Nach... Wer ist am nächsten dran? Barmbeck. Müllautos. Wenn sie eine... Keine Straßenverbindung. Dann könnte ich welche schicken, aber das ist ja... Ne, da hinten ist überall keine Straßenverbindung. Wieso denn nicht? Kann ich da irgendwie mal ein bisschen Augenblick... Mal kurz hingucken. Natürlich ist da doch eine Straßenverbindung, wenn die hier langfahrt. Ah, ne. Ähm... Ja, das ist leider so. Okay, dann gehen wir erst mal wieder auf die Stadtansicht. Was ist denn da? Achso, bei dir hat es wieder ein bisschen gebrannt. Was ist? Ey, komm, Klinikum ist jetzt schon echt besser geworden. Nein, danke. Oh, was haben wir hier? Verarbeitet? Null. Hm. Da, warum denn nur Null? Achso. Oh, einfach nochmal. Abwasserrohne normal. Hm, der kann ja nochmal jetzt ganz kurz mal auf Abwasser. Boah, es geht ja dann... Der ist wieder gelb und der ist noch grün, der... Wollen wir das erst mal, bam, stilllegen. Kann ich das erst mal holen. Und hier geht jetzt erst mal alles hin. Dann kann das auch wieder rein. So. Dann ist jetzt erst mal ein bisschen aufgeteilt. Da wird alles angesogen. Da kommt natürlich jetzt erst mal das Meiste an. Immer noch. Obwohl, warte mal, wir planieren... Den hier... Mach ich. Abwasser. Wo kommt denn ganz viel? Bam. Jetzt geht alles noch da, oder was? Kannst du da auch nochmal weg? Dann würde ich sagen, machen wir hier unten noch irgendwie eine. Damit wir das von hier unten alles wegkriegen. Bam. So. Jetzt kommt da auch ganz viel hin. Das ist okay. Und da auch. Aber jetzt fließt alles noch da. Das nervt gerade so ein bisschen. Dass da nur so ein bisschen hinfließt. Und da so viel. Na gut, okay. Ist relativ ausgeglichen. Na gut, egal. Das sieht dann aber auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen besser aus. Ihr wollt Bildung. Ja. Mach ich. Darum kümmere ich mich jetzt ein bisschen um die Bildung. Wir haben doch schon eine Grundschule. Wo haben wir die denn? Die Grundschule war ja nur da hinten bis jetzt. Dann machen wir hier nochmal eine hin. Bam. Ah ne. Bushalterstelle hatten wir zwar auch schon ein paar, aber. Damit ihr Helden auch alle doch zur Schule kommt. So. Gymnasium. Bibliothek. Und so. So, da ist jetzt auch eine Schule, ne? Ja. Sim im Unterricht. Null. Von 150 möglichen. Okay. Was ist? König der Fahrer. Oh, eventuell mal. Ja, er küste einen Fahrerhafen auf. Mach ich eventuell bald später. Dann machen wir hier und euch auch nochmal ein bisschen Freude. Bam. Der hier macht zwar immer noch am meisten Freude. Bam. So. Genau, da können wir uns jetzt mal ein bisschen drum kümmern. Flugzeuge. 85. Okay, darauf spare ich jetzt auf einem Flughafen. Und den stelle ich hier unten hin. Wenn das geht. Warte mal. Gelände zu. Zu steil. Ich könnte dafür auch theoretisch noch eine Wohnzitle. Über. Lagerung. Theoretisch auch noch irgendwie was einreißen oder so. Ich wollte ihn aber gerne hier unten hinstellen. Gelände. Zu steil. Ja, okay. Wahrscheinlich, ja. Überlagerung. Das Gelände ist einfach hier nicht so besonders geeignet, glaube ich, für den Flughafen. Überlagerung. Ähm. Ja, okay, gut, dann können wir leider keinen erst mal bauen. Gucken wir mal später. Züge. Busse. Boote. Boote. 31. Ich würde sagen, dann bauen wir mal ein bisschen Boote. Wo können wir denn überall noch so Boote bauen? Hier können wir Boote hinbauen. Boote. Bam. Da machen wir dann aber auch schon. So, und da geht bis nach hier hinten. Und da geht dort bis dahin ein Weg ab. Bis dahin ein Weg ab. Bis dahin ein Weg ab. Und dann so. Und da noch so. Wenn hier eben halt kein Flughafen hin darf, dann. Vielleicht wenigstens immer noch ein bisschen noch mehr Stadt. Bauen wir dann hier hin. Finde ich. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Industrie erst mal zweimal. Dann noch zweimal. Einmal dahinter. Und dann noch ein bisschen. Können hier theoretisch noch überall, wenn es. Bam. Genau, das können wir auch mal gerade machen. Wieder ein paar Häuser abreißen. Oha, 32 verlassene Gebäude. Das tut mir leid gerade, aber. Ähm. Hier muss ich so viel planieren. Scheiße. Oha. Wieso verlassen sie doch alle ihre Häuser? Mann, oh, Mann, oh, Mann. Jetzt haben wir noch 13 verlassene Gebäude. Hier sind noch ganz viele verlassen. Da hinten wird gerade erst neu gebaut. Da könnten eigentlich noch keine verlassenen wieder sein. Hm. Na gut, okay. Dann lassen wir es erst mal dabei. So. Worauf haben wir denn? Bildung bräuchten wir eventuell irgendwann nochmal. Also hier ist schon echt gut gebaut wieder. Alles. Voll gut wieder bebaut. Auf jeden Fall. Feuerwachen. Wir Löschfahrzeuge sind nicht... Wir haben nicht genug Löschfahrzeuge. Na gut. Okay, machen wir hier nochmal eine ganz kleine einfach nur mal hin. Und gucken, dass wir die große auch noch ein bisschen ausgebaut kriegen. Die hier. So. Ausbauen. So, die haben mittlerweile erst einen Turm bekommen. Vielleicht bauen wir hier mal jetzt ein bisschen mit aus. Bam. 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 Bam.